Moin. Neue Runde seit letztendlich Sonntag ist. Ah, so. Käffchen. Aber jetzt kommt erstmal gleich Käffchen. Ach, da habe ich die Bären. Gucke. Jetzt habe ich eigentlich hier noch alles drin. Ich erinnere mich ja von diesen Waffen. Hätte ich vielleicht mal irgendwann auch nutzen sollen, ne? Hä? Signalisator. Nur noch einen? Warum das? Müssten eigentlich mehr... Ach, da ist 5. Ach, die stecken nur zu 5. Weil die brauche ich ja für die Züge. Da ist schon einer. Ja, der jetzt hier wieder seine Runde dreht, weil es der kürzeste Weg ist. Naja, gut. Warten wir mal auf den Patch. So, wird schon wieder Nacht. Äh, was wollte ich sagen? Gut, das habe ich gemacht. Da noch. Das müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier fabrizieren. Jetzt will ich mal kurz was ausprobieren. Ja, was? Ah, doch. Das ist schon richtig. Weil das Ding steht da und das steht da. Ah, okay. Ich habe jetzt hier eben gedacht, äh, weil das unterschiedlich ist. So geht eigentlich das Licht da noch nicht an. Wird auch schon wieder Nacht. Wenn wir jetzt hier... Nee. Wenn ich jetzt da so eine Wand hinmache. Warte mal. So eine. Wie sieht denn das aus? Endlich nicht so... Ich überlege, was da noch hingeht. Lassen wir mal den hier. Wie gesagt, die Drohnen. Und jetzt los. Nicht genug was? Freiraum. Ach so. Ist ja wieder was. Muss ich wieder von der anderen Seite machen. Ach Gott, dann halt so. Okay. Wenn ihr das unbedingt wollt. Hä, wieso? Okay. Nochmal. So. So. Bitte. Jetzt zufrieden. Danke. Und jetzt zufrieden. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Das weiß ich noch nicht. Weil ich kann ja dann ein Dach darüber ziehen. Und fliegen die ja gar nicht. Was ist denn? Ich gucke nochmal gerade. Eins. Zwei. Sieht beschissen aus. Machen wir mal da oben hin. So. Und den weg. So. Was ist, wenn wir den nochmal wegmachen? Wir gucken gleich mit der Bahnlinie hier hinter uns. Dann müssen wir hier vorankommen. Wir machen jetzt das da hin. Na. So. Der ist aber trotzdem irgendwie in der Wand da drin, ne? Wieso geht eigentlich das? Doch, da ist das Licht an, oder? Ja. Der hat da oben noch nicht angeschlossen. Hier ist das Licht an. Guck. Ziemlich hell. Könnt man vielleicht auch höher hängen oder da oben solche Dinger dran machen. Aber hier. Hier. Guck. Das kann man auch machen. Okay. Lass mal hier gucken. Das muss ja da hinten dran getüdelt werden. Der Schatten. Den haben wir auch noch nicht gefixt. Na ja gut. Ist ja alles noch beta. So. Das bleibt hier. Ich will halt nicht immer nur diese weiße im Gebäude. Um anpinseln kann man es ja auch. Jetzt müssen wir aber hier mal kurz gucken. Kommt jetzt hier wieder das Viechereigelumpe? Das ist wieder die Bäume hier im Weg. So. Dann müssen die halt jetzt mal weg. Die. Ihr müsst weg. Tut mir leid. Ihr müsst weg. Da kommen wir den auch noch weg. So. Achso. Jetzt habe ich hier die Kaffeetast nicht mehr in der Hand. Mann ey. So einen freien Handslot. Wo man nichts in der Hand hat. An dem man ganz einfach hinschalten kann. Das wäre mal was. Coffee Stain. So. Jetzt müssen wir hier mal gucken. Jetzt ist es ja so. Wenn da die Zugkollision kommt. Ist es ja so eine Sache. Dann müssten die ja hier lang. Könnten. Hier haben wir halt diese Erde. Das will ich jetzt hier nicht. Dass das dann so aussieht wie das nach Achterbahnfahrt. Also gehen wir mit dem. Erstmal planen wir mit dem. Hier so weiter. So. Jetzt kann ich die Kaffeetaste wieder aus der Hand nehmen. Dann ist ja die Hand wieder leer. So. Der ist jetzt da. Aber die Strecke da hinten ist gerade. Ja die ist gerade. Also muss das da weg. Und eigentlich müsste es dann hier auch zweispurig werden. Jetzt können wir mal gucken. Wie wir das hier fabrizieren mit dem zweispurig. Dann lassen wir den da mal hin. Äh. Na ja. Da wollen wir die fixen das irgendwann mit den Weichen. Hier so. Habe ich schon mal gesagt. Jetzt mit der Maus gerade drehen. Das wäre was geiles. Kriegen wir das da hin. wenn. Früher. So richtig funktioniert. Das aber auch nicht mehr. Früher konnte man das hier einfacher drehen. Zeig mal her. Wir fabrizieren das so. Geht doch. Mehr oder weniger. So. Dann. Sind wir ja hier schon. Irgendwie. Dann lass uns mal hier gucken. Was wir mit den Fundamenten fabrizieren. Für. Wir müssen ja diesen Bahnhof hier hinkriegen. So. So. Müsste der ja eigentlich gleich hoch sein. Weil der hat dasselbe Raster. Jetzt müssen wir mal gucken. Wie das da hinten überhaupt aussieht. Das muss wieder weg. Okay. Also das wird ja hier Bau. Das ist ja hier Baugebiet. Hier noch ein bisschen grün. Hier muss man immer aufpassen. Hier spawnen Viecher. Achso. Jetzt haben wir hier die Kreuzung. Okay. Das muss auf jeden Fall zweispurig werden. Jetzt muss ich nur gucken. Weil mich nicht richtig. In Erinnerung habe. Muss die zweite Strecke. Also die zweite Linie hier sein. Nicht hier. Uah. Ich teste das mal. Nein. Geh mal da hinten hin. So. Hier muss ich nochmal. Warte mal. Hier muss ich nochmal kurz walten. So. Das muss hier nochmal weg. Entschuldigung. So. Das war ja mein Dschungel. Da habe ich auch mal ein Screenshot von gemacht. Da sah das nämlich gut aus. So. Warte. Dann passt das natürlich hier. Überhaupt nicht mehr. Da musst du weg. Wenn wir hier mal den Bahnanschluss kriegen. Für das Ding. Wieder die Gaffee das. So. Ja. Und hier so. Sonntags regnet übrigens hier wie Sau. So. Ist das hier zu nah dran, dass der hier schon steilig nach oben geht. Wir haben ja noch Platz. Ich sage ja. Aus diesem einfachen Grund, weil da hinten. Ich gehe mal hier hinten. Ist das. Dann testen wir das erstmal. Gehen wir nach da hinten. So. So baut man halt hier, ne? So. Dann muss der ein, zwei da hinten hin. Wie kann ich denn hier die Fundamente hier nicht so, wie ich die so will? Doppelranpe 4 muss das sein, glaube ich. Weg. Ist doch richtig, ne? Huch. Ach, das sind ja die dicken Dinger. Guck an. Okay. Interessant. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das kriegen wir dann schon hin. Wir bauen erstmal hier ein Konstrukt. So. Dann haben wir die beiden. Die lassen wir auch so. Und friemeln den da hinten erstmal dran. So. Wer bist du? Ach, du bringst das Kupfer. Alles klar. Es wird Tag. Endlich. So. Ist das Ding eigentlich ein Strömanschluss? Okay. Die kommt von da. Das muss alles nach Brücke gemacht werden. Genauso wie die da hinten. Die muss definitiv hier hoch. Jetzt will ich mal gucken. Sind zwei Linien ohne eine Foundation dazwischen zu... Ja, wir machen das so. Warte mal. Ich teste das mal. Wieso kann ich die eigentlich so schlecht drehen? Früher ging das einfacher. Hier. Mausrad. Hier. Mausrad. Jetzt. Hier. Ich drehe den Mausrad. Wie blöd. Das ist auch interessant, ne? Ähm. Der von da kommt. Da muss der... Äh. Eins. Zwei. Drei. Zeig mal her. Das lässt sich komisch drehen. Ich weiß auch nicht warum. So. Sehen wir da hin. Müssen wir aber aufpassen. Eins. Zwei. Drei. Dann ist das hier. Na ja. Mitte. Noch ein. So muss das Kind. Ja. Der kommt also von da. Wenn das das rechte wird, dann muss der aber auch da hinkommen. Ach so. Jetzt müssen wir hier ein Stück dran friemeln. Sonst geht es nicht. Jetzt geht das nicht. Ist vielleicht zu nah dran. Dann macht hier so eine komische Welle. Ach so. Wir haben ja hier noch Platz. Geht ja noch so. Alles klar. So. Dann brauchen wir das hier. Hier so eine komische Kreuzung wie da hinten. Die bauen wir hier nicht nochmal. Aha. Okay. Wo muss das Ding hin? Der muss auf jeden Fall hier weg. Äh. Okay. Zeig mal her. Hör mal auf da dran zu snappen. Dammte Axt. So. Da muss der. Hier hin. Und. Gehen wir einfach erstmal nach da. Seht ihr wie das manchmal zuckt, wenn man die dann baut. Und dann wenn man hier die Dinger nicht dazwischen hat. Also wenn man hier nur ein hat. Hier frei. Und da ein. Das habe ich ja da hinten erzählt. Weiß ich nicht, ob das früher auch war. Dann ist das Ding eine Schlangenlinie. Obwohl ihr das genau gerade ausrichtet. Das ist auch ein bisschen komisch. Sag ich jetzt mal. So. Du. Musst da hin. So. Und dann musst du. Sag mal her. Irgendwie. Achso. Warte mal. Hahaha. Doch der ist hier richtig, ne? Sag mal her. Das müssen wir jetzt mal gucken. Wo bist denn du? Du bist. Der ist hier. Habe ich ja nichts verkehrt rum gebaut. Warte. Die gehen da hoch. Scheiße. Der ist ja hier. Mann, warte mal. Die Ding muss eigentlich Strom haben. Wenn ich die anhalte, hast du nicht. Hatten die keinen Strom normalerweise? Echt jetzt? Das gibt es doch nicht. Ich fixe das Problem hier gerade mal. Sekunde. So, warte. Gehen wir mal hier runter. Äh. Da müssen wir mal gucken. Das ist jetzt hier. Äh. Müssen wir nochmal schauen. Ja. Das war klar. Okay. Jetzt geht der bestimmt da nicht dran. Doch wieder. Doch. Da. Da. Oh. Hoffe, dass das Ding auch eine anfängliche Kreuzung kommt. So, dann haben wir das hier. Dann haben wir das da. Der fährt einmal nach rechts. Fährt einmal nach links. Der fährt einmal da runter. Und fährt einmal geradeaus. So. Dann muss jetzt hier. Irgendwo ist das Ding ja einspurig. Äh. So. Also was heißt irgendwo. Hier ist ja. Hier ist zweispurig. Hier ist aber nur noch einspurig. Und das geht da unten nicht dran. Gib mir mal das Ding. So. Wenn man jetzt das so da dran macht. Äh. Wisst ihr da hinten. Da hat es dann halt eine Verjüngung. Um es mal so zu sagen. Da können wir noch ein Stück runter. So. Wir haben auf jeden Fall jetzt hier. Was die Bahnstrecke immer wird. Den Anschluss. So. Er fährt auf jeden Fall noch. Worum fährt denn der? Dann nimmt die. Wie ist denn das? Wenn. Ja. Oh. Das ist ein Einserband. Ein Einser Foundation. Die haben wir doch hier getestet. Warte. Wir wollen mal hier gucken. hier. Ja. Mal was testen. Mal her. So. Und so. Ist der da drin? Guck. Muss ich mal gucken. Ob ich das so will. Was bringst du eigentlich? Nichts. Was will der eigentlich? Was bringt der eigentlich? Da kommt er. Nichts. Lift. Rahmen. Kühl in. Lift. Rahmen. Kühl in. Kühl. Lift. Rahmen. Rahmen. Der hat keine Rahmen mehr. Warum hat der keine Rahmen? Steht denn da wieder? Was steht denn da wieder? Jetzt. Uninteressant. Jetzt springen wir hier noch. Warte mal. Das ging ja hier auch. Das testen wir jetzt. Ja, ja, das geht. Von der anderen Seite geht das. Machen wir dann. So, jetzt haben wir hier wieder diese Kaffeetasse, die mich auch manchmal richtig nervt. Haben wir hier das, was ja die grüne Oase wird. Will ich denn hier, da sind ja diese Foundation, will ich hier, müssen wir mal gucken, ob wir die vielleicht auch mal irgendwann auch mal anders da anmalen. so, zeig mal her. So. So. Und da hinten da natürlich auch. Jetzt ist, jetzt mal gucken, was fabriziert man hier? Das ist ein Bahnhof. Muss das immer alles weiß sein? Das ist ein Bahnhof. Was ist denn, wenn ich jetzt den, das ist außen, das will ich nicht. Ich mach mal den nach hinten, nur mal zu gucken. Und sie macht mal bitte so. Und dann? Hier kann ich doch eigentlich schweben. Hier ist doch ein Bahnhof. Verdammt. Wann ging das denn da hinten nicht um? Aber was kannst du über die Schienen schweben? Egal. So. Was ist denn, wenn? Und dann? Wenn man das jetzt hier so macht. Wenn ich dann noch so ein Ding dran mache. Lass mal gucken. Hier, wende. Den da. Sag mal her. Halt. Die sehen halt irgendwie, die snappen auch irgendwie komisch, ne? Also hier zum Beispiel das. Egal, wie rum du die drehst. Hier das. Das sieht immer nicht irgendwie so toll aus, wenn die... Ne. Wenn man jetzt die weg macht hier. Und macht zum Beispiel mal die da hin. Wo müssen die denn sein? Wieso snappen die eigentlich? Komm mal her. Sieht halt komisch aus. Die war jetzt nach rechts gedreht. Jetzt dreh ich die nach links. Sieht komisch aus, ne? Wenn ich die anders da rum mache. Gehen wir mal so eine Wand. Wenn ich die so rum mache. Richtig viel Unterschied ist ja nicht drin, ne? Na, ist Sonntag. Bin ich fit. Und wenn man jetzt hier so ein Ding fabriziert. Warte. Warte. Wir haben ja auch nicht jetzt hier Bauplanung. Ja, ja. Hängt der mal da dran. Gehen erst mal mit dem da hoch. Dann kriegst du den da unten dran. An die Schräge. So. Und dann... Ich hab mir mal überlegt, ob ich die Dinger mit dem Micromanagement... Micromanager, so heißt der hin. Flach hinlege. Machen wir hier. Der ist ja hier noch eins höher. Wartet mal. Wir machen den hier. So. Jetzt ist der an dieser Höhe. Ne? Aber wenn man jetzt wieder so ein langes Ding da macht. Also so lang, wie das Ding ist. Mal gucken. Kann man übrigens so gut messen hier. Das Ding ist neun Foundations lang. Aber das Ding ist nur ne halbe, ne? Oder? Und legt die dann flach, dass man so ein Gerippe hat. Wartet mal. Das machen wir nochmal weg. Plan das mal hier. Ja, da hinten. Und du bitte auch. Erstmal alles nach da hinten. Dann brauchen wir auch... Wenn wir jetzt hier... Das ist so. Ich will das eigentlich nicht, dass das da ist, Ende Gelände. Hier ein, da ein. Frei. Frei. Hier ein. Geht nicht. Also da und da. Na ja. Wir testen. Du bist doch in der richtigen Höhe, ne? Nicht, dass ich jetzt wieder... Ne, ist er nicht. Ja. Den müssen wir anders da machen. Das ist, weil der da unten anders gesnappt hat. Der hat jetzt auf die Foundation gesnappt. Während der in der Höhe der Wand gesnappt hat. Das ist der Grund. Da kann man hier so eine da hin fabrizieren und fabriziert da eine hin und nimmt dann so ein Ding und lässt den da an die Wand snappen. Und jetzt müsste der dann eigentlich dieselbe Höhe haben. Halt aber nicht. Warum nicht? Hat der noch eins höher gesnappt? Na ja, kriegen wir schon hin. Ja, können wir es so machen. Klatschen das Ding da oben drauf. Gehen wir da rüber. So. Guck mal an den hier unten dran. Wo bist denn du? So. Nun hat er aber die richtige Höhe. Aber ist halt so. Ich meine, wenn er nicht will, dann will er nicht, ne? So. Weg mit dir. So. Weg. 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 Dann ist das das. Dann hat der hier. Dann brauchen wir. Dann hat der aber hier mehr. Ach, das ist natürlich blöd, ne? Das Ding, das hier, müsste in der Mitte lang gehen. Da lang. Kriegst du da noch so einen Pfosten hin? Ganz knapp. Nochmal her, nochmal her. Sieht irgendwie dann aus wie gewollt und nicht gekonnt, glaube ich. Naja. Gucken wir mal hier. So. Wenn man auch was sieht, kommt das Ding hier wieder weg. So. Flop. Du musst das weg. Das stört die Optik. Du musst weg. Du musst weg. Dann müssen wir uns das anderes einfallen lassen. Das hätte da nicht lang gedurft. Das müsste in der Mitte lang gehen. Ging mal das bisschen wieder mit dem Kurvenich hin. Das gucke ich dann. So. Dann haben wir hier so ein Getüdel. Getüdel. Irgendwie. Und eigentlich musst du weg. So. Und du mal da hin. Damit das da schon wieder einigermaßen so aussieht. Hier haben wir das grüne Gelumpe. Das ist natürlich blöd. Und hier. Machen wir den. Noch so. Und jetzt müssen wir hier mal schauen. Das ist natürlich auch wieder das grüne Gelumpe. Damit wir das hier hinkriegen. Den Bäumen. Genauso wie das. Das müssen wir hier anders da rein tüdeln. Das war ja mal komplett anders geplant. Das heißt, du kommst weg. Da müssen wir uns was einfallen lassen. Du musst hier hinten auch nochmal weg. So. Das ist ja jetzt hier irgendwie richtig Schiete. Das war ja auch mal so ein Notfallbehelf. Damit die da hinten umdrehen können. Weil sie sich sündig festgefahren haben. So. Der bringt tatsächlich keinen Rahmen. Warum denn nicht? Das gucke ich nachher. Ist jetzt uninteressant. Wir bauen jetzt hier mal kurz den noch zu. Warte mal. Wie hoch? Ich sehe nicht. Wie hoch. Wie oben der muss. Der ist ja mit diesen Dingern nach außen. So rum muss der. So. Und dann waren wir hier. Damit man das besser sieht. Kommt schon wieder. Ich habe übrigens auch keine neuen Festplatten gesucht. Ich habe überhaupt keine Zeit. So die Schnecken werde ich auch mal einsammeln. Bevor wieder ein Patch kommt. Ich spawnen die immer so schön. Das ist ja das Geile. So. Diese blöden Steine da. Die nerven auch. Jetzt speicher ab, Mann. So. Okay. Das muss höher. Und irgendwie. Will ich eigentlich. Dass das mit diesem Gerippe. Die kann ich nicht fliegen, ne? Habe ich mal hier bitte den Stromast oder so. Danke. Ah. Jetzt kann ich fliegen. Ähm. Gib mir mal so ein Ding. Nein. So was. Ich will mal was gucken. Kriege ich den da hinten dran? Ich weiß, dass der dann in der Dings drin steht. Hier. Ich will jetzt was ausprobieren. So. Und jetzt. Ach. Nerv nicht rum mit deinem scheiß Freiraum. So. Okay. Dann haben wir das. Da hast du den halt hier. Hier geht's nicht. Das fängt aber genau hier an. Plupp. Das passt ja. Und dann ist das. Da, ne? Komm her. Los. Komm her. Machen wir mal so. Machen wir mal so. Können wir den da rein. Mal gucken, wie das von innen dann aussieht. Wo muss denn da eigentlich? So, ne? So. Und jetzt. So. So. Dann haben wir hier drei von den Dingen in der Mitte. Hm. Sieht halt von hier beschissen aus, ne? Weil der Pfosten da hängt. Hier geht's noch. Da nicht. Der dürfte nicht da hängen. Der müsste da hängen. Er hängt ja in dem Ding drin. Hier ist die Dings zu Ende. Guck. Da nicht. Da hängt er in dem Mast drin. Der müsste da hin. Äh. Scheiße. Mal gucken hier. Der müsste da hin. Dann haben wir hier aber wieder nicht so ein Ding. Äh. Okay. Da muss ich mir was einfallen lassen. Und dieser Torbogen hier? Wenn ich so mache. Oh. Oh. Und dann. Macht man hier mit den Wänden Dings so. Und dann. Das haben wir da hinten bei dieser einen Dings gemacht. Bei der einen Plattenfabrik. Haben die. Grau angemalt. Da habe ich die Pistole dabei. Die Fapppistole. Nee. Das teste ich mal. Bis zur nächsten Folge. Das gefällt mir irgendwie überhaupt nicht hier. Das da. Das teste ich mal bis zur nächsten Folge. Bis dann. Dann machen wir hier diesen Bahnhof fertig. Ciao. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.